WIISOOOOO Scheiß Alter, Luigi hat doch zwei Leben Ich hab nur Luigi vor meiner Nase Der stützt gleich ab Dafür hab ich gesorgt Nur noch wir zwei mein Freund Nur noch du und ich und An letzten Sekunden Alter, das klingt nicht Das ist so richtig Da würde ich ja nicht Die sind gerade voll BAM, das Nasenbein brechen für Nein, danke Warum bin ich erster? Weil du drei Sterne hast Achso, ja stimmt, da war ja was Sterne C mehr als Münzen Da war ja was Oh, stell das noch so weit weg Geh doch vor mir und aktivier mal diese Bombe Nö, nö, ich warte bis du da bist Oh nein, der Bastard bewegt sich auch dahin Das ist der Glückspilz Boah, der ist doch noch richtig gefickt Aber wirklich Kann man den Rasten voll aus Mal gucken 15 Münzen Das verschmerzt ja Das ist ja nicht so Als hat der schon fast irgendwie Ultimo Ja, pfff Der hat aber richtig Die Arschkarte gezogen Man weiß vielleicht nicht so Unter wechseln So, dann würfler mal Eine schön hohe Zahl Geh auf das scheiß Feld Achter den Arschlochen ruf Läuft dann nochmal eine Ehrenrunde So, heute ist dein Glücksteil Beantworte mir eine Frage Und So, holst du dir nach dem Essen Das sind immer deine Zähne Ach, du kriegst so viele Item Wie du tragen kannst Ohhhh Boah, Junge Oh, nein Tschüss, bis später Ich wusste nämlich Dass, wenn Bowser Jr. so eine Frage stellt Ja? Dass du die total assi beantworten musst Das ist doch logisch Bei Toad musst du halt so bescheiden sein Alter Fallobst ernten Wasser Marsch Was war denn das nochmal? Ich glaub da musste einer pumpen Und der andere musste löschen Bitte lass die CPU pumpen Ja Machen wir das Feuerplatz Easy, Wasser Marsch Oh, Luigi 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 mag nicht Ich bin so froh, dass das die CPU macht Ich bin so froh, dass das die CPU macht Ich bin so froh, dass das die CPU macht Ich bin so froh Das Problem ist wirklich Ich kann auf dem N64 nicht zielen Ich bin so froh Ich bin so froh, dass das die CPU kommt Boah 102 Münzen Wenn ich die jetzt verliere Ich bin so froh Weißt du was? Du kommst auch noch drauf Ist mir sowas von scheißegal Hauptsache ich hab zwei Sterne Warte mal, ich hab noch eine 2 ne? Das war's für mein Vermögen Egal, außer ich hab den Stern sicher Das ist Das ist die Hauptsache So was der nächste? Aha Immer einen anderen Gesichtsausdruck Ich wollte jetzt sagen, was ist der zum Metro Ist mir egal Tschüss Ist mir egal Game over mit deinem Vermögen Ist egal Fünf Hauptsache ich hab den Stern einkastiert Das ist wichtiger Die Münzen hole ich mich so oder so zurück Wozu war der Bowser Kopf? Äh, da ziehst du den Anzug an Und kannst dann, wenn jemand dir auf dem Weg begegnet Dem seine über 20 Münzen klauen oder so Dafür ist der da Ok, dann weiß ich auch schon, wie mich die klauen Und die Ja gut, wenn jemand vor dir steht, ne? Jaja, schon Sonst bringst du nichts Das ist alles doch krass So Aber Ich würde aber deine Tore einsetzen und versuchen was Habe ich ja gerade vor Ah Das Geisterspray, dann könntest du den Stern klauen Wenn du wie nur Münzen hast Wenn du Glück hast 50, ne? Ja Ah, ist die Kreditkarte Auf jeden Fall besser Ah, das fehlt Entschlüsse Ich habe doch jetzt immer das erste Ich dachte gerade, wenn da ein Stern gewesen wäre, ich wäre rausgegangen Du wärst heulend wieder nach Hause gefahren, ne? Ja, genau Ist mir scheißegal, ich buche das Ticket für gleich Ich habe keinen Bock mehr Alter Oh, Schirmherrschaft Ähm Wir fahren vom Himmel Und wir können die Münzen einsam und die runterfahren Und Beute sind halt ein bisschen mehr wert Und A ist halt öffnen oder schließen des Schirms Okay Und halt schließt, fliegst du halt schneller Nach unten Und ähm Hämmern solltest du ausweichen Alles klar Das ist nur einer dieser Spiele, da verliert keiner Weil Ja Du so an deiner Wie du verlieren könntest Ich hab 20 Münzen, nice! Ich auch. Ah, ich hab 21. Die Wolke! Dieses Face, ne? Richtige Nasenlöcher, ey! Ich hab gedacht, es werden die Augen und Augenbrauen. Nee. Ich hab das aus Nasenlöchern gesehen. Nein, ich hab so einst lustige Japano-Dinge gesehen. Warte mal. Würfel! Der Penner hat schon wieder den Münzen, ne? Warte mal, wo mein Weg hingeht. Zum Stern. Oh nein! Oko, auch gut Glück. Nein! Das ist die falsche Richterin! Nein! Ah, geil! Jetzt fiesst du mich an, dass der EG so unlangtestbar ist. Ist der echt? Der hat... Geisterspray? So ein Lacker! Der hat mehr Glück als Verstand, der Kerl! Der wird definitiv einen Stern dafür bekommen, weil er auf die meisten Totfeldern war. Meinst du? Ja, ja. Ist nun auch ein Stern. Die meisten Fragezeichen, außer... Du beklaust ihn jetzt. Geht ja nicht. Doch. Nimm doch die Klocke. Du brauchst 50. Nein! Fünf, dann kannst du seine Münzen klauen. So, musst du drauf ankommen lassen. Dann musst du entscheiden. Ob den Stern gönnst, oder ob die Münzen klaust. Ich... Der ist ja dumm. Das ist ja dumm. Das ist ja dumm. Das ist ja dumm. Das sind Stern klauen, ne? Eben. Ach so, dir fehlen nur noch 3 Münzen. Oh, ruh. Kriegst du aber nicht. Oh, nächstes Spiel! Yay! Alle gegen alle! Chaos Couple? What the fuck? Das ist jetzt auch so ein Chaos Couple. Nur mal zur Info. Arschloch. Au. Ähm. Das ist ein Spiel, wo du jetzt merken musst, wo was ist. Ja, get wrecked, Schöpfel. So, jetzt sehen wir, wo alles steht. Und dann kommen jetzt die kleinen Brüder, ne? Rollen wir mal alles aus. Mal ein Chaos. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. He, he. Merkt. Wer das meiste richtig hat. Merkt. Kein Tegel. Oh, das verdammt. Ich hab keine Ahnung. Ich rate jetzt. Nein! Die Kappe! Die Kappe! Die Kappe! Die Kappe! Die Kappe! Der Kappe! Der Kappe! Die Kappe! Die Kappe! Ich hab gar nichts... Doch. Oh Gott! Ich hab verloren. Ich war nur eins hinter Wano-Igi, aber ich habe sowieso ein Gedächtnis wie eine Fliege, von daher. Der soll sich jetzt den scheiß Stern holen. Und ich bin dann so ein richtiger Wichser. Was? Wieso habe ich keine Munze gekriegt? Weil du verloren hast das Spiel. Und weil du auf einem Fragezeichenfeld gelandet bist. Da gibt es keine Münzen. Da geht nur der Counter runter. Dieser Lacker, ey. Goldpilz. Guck mal, das ist sogar ein Loid hier im Hintergrund. Alter Schwede, das ist doch unnormal. Wäre der böse gewesen wäre, hätte er jetzt den Bausaanzick genommen. Was ich gerade gesagt haben. Hey, Alter, das wäre so wichtig. Ihr ruft den heiligen Mogi. Deh, 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 deh. Deh, 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 deh. Deh, 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 deh. 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 Also zumindest da kommt auch so eine Fee.